Ein riesiger unterirdischer Bunker wurde zur Heimat für internationale kriminelle Geschäfte. Insgesamt 650 Polizeikräfte, einschließlich GSG 9, waren im Einsatz. Hauptverdächtiger ist ein 59 Jahre alter Niederländer. Ein Darknet-Guru, der Name Hermann Zent. Er ist wie ein 007-James-Bond-Typical-Villain. Er ist von 1849. Euro camouflage. Die zwei nachvollziehen. Rundfunkverkehr. 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 Die zwei nachvollziehen. Wir sind sehr nahe. Ich bin mir sehr sicher, dass Leute wie ich einen großen Einfluss auf das zukünftige Internet haben werden. Problematisch allerdings ist, ob die Menschheit dafür bereit ist.